Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Sarahs Kochunterricht. So, jetzt nehme ich auch auf. Heute backen wir mal die... was backen wir heute? Oder was kochen wir heute? Was sieht denn richtig eklig aus? Oh, die Kartoffelsuppe, es sieht scheiße aus, die nehmen wir. Ja, diese zwei Schwänze hier. Okay, dieser eine Schwanz versucht mich hier abzulenken. Nein, das funktioniert nicht. Wieder mal sehr männlich, diese Seite. Musik wieder mal aus. Jetzt ruft er nochmal an. So, dann müssen wir als erster mal die Kartoffeln... nein, die Zwiebel. Okay, die Zwiebel. Dann schneiden wir die Zwiebel. Oh yeah. Bin ich... bin ich gut? Bin ich gut? Oh mein Gott, bin ich gut in diesem Spiel. Nein. Und jetzt? Nein! Nicht Sarahs Kochlöffel. Okay, das geht wirklich sehr schwer. Ja. Also ich bin mir nicht sicher, ob das 6-jährige Kinder schaffen. Dieses Spiel ist eindeutig ab 18. Weil, seht euch das mal an, dieses Messer. Okay, jetzt, jetzt, okay, jetzt nehmen wir die Zwiebel und geben sie nicht... Okay. Die Kartoffel gehört natürlich auch geschnitten. Anders schaffen wir es nicht. So, sehr spannend. Was passiert eigentlich, wenn ich dann eben schneide? Okay. Dann dasselbe nochmal. Sag jetzt nicht, wir müssen alle Kartoffeln schneiden. Da bin ich jetzt echt angepisst, wenn wir alle Kartoffeln schneiden müssen. Ah, wir können die auch schneller schneiden. Sehr interessant. Also für die 6-jährigen Kinder da draußen, die das Commentary jetzt anschauen, diese, diese Zwiebel, äh, diese Kartoffel, da kann man schneller schneiden. Und den einfach irgendwie deppert draufklickt. Okay, jetzt müssen wir auch noch den Penis enthaupten. Sehr eklig, wie es geht. Okay. Also ich glaube, ich beherrsche dieses Spiel schon langsam. Jetzt ist der nächste Penis auch gleich dran. Okay. Sieht doch, das sieht doch genau aus, als wenn man den Penis auseinanderschneidet. Also ich weiß sowas. Okay. Also ich werde immer besser. Also jetzt ehrlich, das, das Grüne sieht doch aus, wie so kleiner Hasenkacke. Okay, oh, you've got 280 Bonuspunkte. Die Bonuspunkte sind's, die es ausmachen, ja, die Bonuspunkte. Da müssen wir mal auf on gehen, ja, nehmen wir den Deckel ab. Matt. Die Kartoffeln schütten wir rein, oh yeah. Igitt, was ist denn das? Dann die Karotten. Okay, die Zwiebel, ich hoffe jetzt nicht, wir schütten diese, okay, noch den Sellerie. Bitte nicht die Scheiße. Nein, wir müssen die Scheiße auch noch dazu sch... Okay. Hm, sieht doch schon richtig. Hm. Also in meinem Arschloch sieht's besser aus, muss ich ehrlich sagen. 520 Bonuspunkte. Okay. Danke, Sarah, die das unterstützt und mir diese Bonuspunkte gibt. Achso, das ist Butter und keine Scheiße. Okay. Jetzt noch die Milch oder die Sahne, der Sperma, Word, ever. Und was ist denn das? Das ist Gras! Ha, die kocht Gras! Die wird doch voll high von dem Zeug, oder? Ja, herrst, die kocht Gras! Igitt. 530 Bonuspunkte, Sarah, danke! Echt zu liebenswert. Okay, jetzt schütten wir das in den Mixer. Dann noch die Sahne dazu. Igitt. Okay, schalten wir den Mixer an. Wieder ausschalten. Wieder ausschalten. Wieder zurück in den... Uh, das sieht doch verdammt scheiße aus. Mad. Wie viel kommt denn da noch? Was ist denn das jetzt? Also, Cheese. Fast in das Gab-Konfi. Okay, noch... Igitt. Also, dieses Spiel ist wirklich nichts für schwache Nerven. Okay, jetzt nochmal umrühren. Okay, seit wann schaut denn das auf... Okay, das war vorhin noch weiß. Jetzt ist es gelb. Ich hab keine Ahnung wieso. Das gehört sicher nicht. Das gehört sicher so. Okay. Okay. Nein, ich hab eh nicht daneben geschüttet. Mh, 360 Bonus-Punkte. Und wir haben für dieses Gericht nur 6,5 Stunden gebraucht. Für eine Kartoffelsuppe. Mh. Ich würde sagen, das war's auch mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.